Nummer 5. Deckenventilatoren kommen nie aus der Mode und haben aufgrund ihrer Effizienz ihre treuen Nutzer. Dieses silberne Orbe Guzzo-Modell ist nicht anders, wenn es darum geht, Räume in heißen Sommern zu kühlen oder sie im Winter mit seinem reversiblen Modus zu heizen. Seine Leistung beträgt 65 Watt mit drei Geschwindigkeiten und Fernbedienung. Mit Abmessungen von 57,8 x 16,5 x 11,5 Zentimetern und einem Gewicht von 7,47 Kilogramm. Und obwohl er keinen Platz im Raum wegnimmt, sollte man bedenken, dass seine Blätter einen Durchmesser von 160 Zentimetern und eine Höhe von 44,5 Zentimetern haben. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4. Dieses Modell hat ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leistungsstärker als die Vorgängermodelle mit 60 Watt, hat dieser drei Geschwindigkeiten, um die Leistung nach ihrem Geschmack einzustellen, mit oszillierender Bewegung in der Kopfneigung und verstellbarem Rohr, sodass die Größe kein Problem sein wird. Es hat ein Sicherheitsgitter und seine Abmessungen sind 45 x 43 x 126 Zentimeter mit einem Gewicht von 3,77 Kilogramm zu bewegen. Seine Basis ist abgerundet, um ihm mehr Stabilität zu verleihen. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Manchmal müssen Sie die Hitze loswerden, aber Ihr Budget ist begrenzt. Das sollte die Qualität des Ventilators, den Sie kaufen, nicht beeinträchtigen. Deshalb präsentieren wir Ihnen dieses Tischmodell mit drei Geschwindigkeiten und einer Bewegungsfunktion mit verstellbarer Position, damit Sie einen guten Ventilator zu einem hervorragenden Preis genießen können. Er verfügt über ein Sicherheitsgitter und hat die Maße 28 x 34 x 47 Zentimeter mit 30 Zentimetern langen Klingen und wiegt 1,95 Kilogramm, ist also recht leicht. Er hat einen Griff für den einfachen Transport. Mit einer Leistung von 40 Watt ist sie ein energieeffizienter A-Artikel mit LED-Lichtgeschwindigkeitssteuerung. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2. Modernes und elegantes Design für alle, die sich einen modernen Ventilator wünschen. Er verfügt über drei Betriebsmodi, normal mit maximaler Leistung, Brise, die ein natürliches Brisegefühl simuliert, und Nacht mit sanfter und leiser Luft, um Ihre Träume nicht zu stören. Zu den besonderen Merkmalen gehört ein Timer für bis zu zwölf Stunden Dauerbetrieb mit Digitalanzeige. Es misst 18,5 x 88,3 x 24 Zentimeter und wiegt 4,51 Kilogramm. Sein Design erlaubt es, ihn in Ecken zu platzieren, ohne dass er zu viel Platz wegnimmt, und er hat einen Drehwinkel von 80 Grad, um die Luft zu verteilen. Sein Energieverbrauch ist Klasse A. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1. Es handelt sich um einen klassischen Ventilator in strahlendem Weiß, der bodenstehend ist. Er verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen, um ihn auf die von ihnen bevorzugte Stufe einzustellen, und ein Sicherheitsgitter, um Unfälle zu vermeiden. 50 Watt Leistungsaufnahme bei einer Betriebsspannung von 230 Volt. Energieeffizienz Klasse A. Der Propeller hat einen Durchmesser von 40 Zentimetern. Die Abmessungen betragen 43 x 45 x 126 Zentimeter. Das Gewicht beträgt 3,31 Kilogramm und der Griff ermöglicht einen einfachen Transport von einem Raum zum anderen. Es handelt sich um ein einfaches und effektives Modell, das sich ideal zur Abkühlung an heißen Tagen eignet und dank seines hohen Designs neben den Möbeln oder dem Bett aufgestellt werden kann. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken.